Ja, als wir das letzte Mal hier standen, haben wir noch Bundesliga gespielt und jetzt sind vier Spieltage rum in der zweiten Liga und müssen über das gleiche sprechen, nicht um den Abstieg zwar nicht, aber drei Niederlagen in einem und einem Sieg in der Liga, im Pokal immerhin auch ein Sieg, aber Abi, wo steht der FC Schalke 04? Ich würde gerne mal aus deiner Sicht sehen, was ist da gerade los? Ja, vielleicht ist es so, dass der ein oder andere einen Fehler gemacht hat und gesagt hat, dass wir natürlich sofort wieder aufsteigen. Das ist natürlich unheimlich großer Druck dann entstanden in der Mannschaft und auch, ich meine, Reiß hat es ja gesagt, wir steigen wieder auf. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht so gut, dass er es gesagt hat, weil dann hat man schon sehr viel Druck reingebracht bei der Truppe und er hat sich natürlich selber auch Druck gemacht. Aber bei so einem Verein, so einem Format, wenn du gesagt hättest, René, das Problem war? Ja, aber das Problem ist ja immer das gleiche. Ich habe von den anderen Mannschaften das nicht gehört. HSV hat Druck, die sind schon zig Jahre jetzt da, Hertha hat Druck, von denen habe ich das nicht gehört und von den anderen Mannschaften, die jetzt sowieso da rumspielen, seit langem schon in der zweiten Liga habe ich das auch nicht gehört. Aber wir haben es sofort gesagt und ich finde, man hätte das nicht so schnell sagen sollen. Viele sagen, Herr Schalke hat die Qualität, die einzelne Qualität bringt es aber nicht auf den Platz. Ist das dann wahrscheinlich das Denken, dass die wirklich im Kopf blockiert sind? Ja, weil du hast ja eine neue Mannschaft, das ist ja auch nicht so einfach, weil wenn man mit einer neuen Mannschaft aufläuft, dann muss man erst mal gucken, wer mit wem zusammenpasst und, und, und. Und bis jetzt passt das überhaupt noch nicht und man sollte sich da Gedanken darüber machen, ja, wen man überhaupt spielen lassen soll. Soll man die Älteren wieder spielen lassen oder vielleicht mal die Jüngeren? Ich persönlich stehe ja mehr auf die Jungen, weil die Älteren, da wissen wir, was sie können und bei den Jungen wissen wir es noch nicht. Aber wie man jetzt auch gesehen hat in den letzten paar Spielen so, da waren schon die Jungs, die waren die jungen Spieler, die waren jetzt nicht so schlecht, dass wir gesagt haben, na, die kann man nicht gebrauchen. Ja, Assan, Draogo hat zum Beispiel komplett überzeugt, Keke Topp hätte vielleicht gerne mit dem letzten Spiel überzeugen können, musste aber raus wegen der roten Karte von Kleinberg. Ja, aber ich meine auch vielleicht jetzt bei diesem Spiel hätte man vielleicht mit zwei Spitzen spielen sollen, man hätte vielleicht mit drei Mann hinten spielen sollen, wir wissen ja selber, dass unsere Jungs in der Abwehr eigentlich nicht die schnellsten sind, das wissen natürlich die anderen vor allem auch, die gucken uns auch an und sagen, du, da haben die Schwächen, ja. Also da müssen wir ausnutzen und ich glaube, wenn wir in der Abwehr mit drei Mann gespielt hätten, einen schnellen, der, sag ich mal, für beide Seiten, ja, zuständig ist, glaube ich, dass wir da besser fahren würden. Ich weiß jetzt nicht, wer neu kommt, man hat ja gesagt, es kommt ein neuer Innenverteidiger, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer das ist, ich weiß nicht, wie schnell er ist. Wir haben also im letzten Jahr mit den ganzen Innenverteidigern fast die Serie oder sagen wir mal fast die Liga erhalten, weil wir gute Abwehrspiele hatten. Egal, wer jetzt kommt, das, was momentan da ist, wie siehst du die einzelnen Neuzugänge? Ja, also bis jetzt haben die sich da nicht mit Ruhm gekleckert, das muss man einfach sagen. Ja, die haben sich einfach nur so untergeordnet und mehr nicht. Ich habe da schon gedacht, dass der eine oder andere da mal ein bisschen mehr dazwischen haut und, 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 aber das ist nicht der Fall. Also, ja, ich bin auch dafür, dass die älteren Spieler, wie Latzer, der jetzt reingekommen ist, ja, mal die Jungs, die ihr ein bisschen so anfeuert. Er war Kapitän, da muss ich mal mehr sagen auf dem Platz, da muss ich mehr sprechen und auch vielleicht den einen oder anderen dahin schieben, wie ich ihn haben will. Und das macht er auch nicht, er ist mit sich selber beschäftigt. Gut, er hat einmal aufs Tor geschossen, das war auch vielleicht nicht so schlecht, was er da gemacht hat, aber ich erwarte von diesen Leuten mehr. Also ist das dann auch die Prognose für die nächsten Spieler, einfach mehr Willen zeigen? Ja, also Willen muss ja sowieso zeigen, wenn du keinen Willen zeigst, dann hast du auch keine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Aber ich meine, dass Reis jetzt mal langsam gucken sollte, dass er einfach mal eine Mannschaft sucht, die er auch spielen lässt. Ja, also auch wenn es mal in die Hose geht, trotzdem mit der Mannschaft weiterspielen lässt. Er tut sich kein Gefallen damit, dass er pausenlos im Mittelfeld oder vorne im Sturm die Leute auswechselt. Also man kommt gar nicht im Rhythmus rein und das finde ich nicht gut. Ja, die Zeit zum Experimentieren wird sicherlich jetzt auch fehlen, weil Reis ist schon ein bisschen angeschlagen jetzt. Ja, normal, also wenn man nicht gewinnt, dann ist es so. Ich habe ja auch gesagt, er sollte sich vielleicht mal biskens wieder runterholen von der Tribüne und auch den, die da hinsetzen. Es sind ja genug gute Jungs unten, die da sitzen, nicht gerade vielleicht die Leichtathlete oder Psychologen, wie die alle da unten sitzen, die vielleicht nicht fragen, sondern einfach mal die fragen, die selber Fußball gespielt haben. Und ich glaube, da kriegt man am besten was raus und die besten Fragen auch gestellt. Wie in Wiesbaden nächster Gegner, wie schätzt du die ein? Wiesbaden ist keine schlechte Mannschaft, die haben jetzt, glaube ich, sieben Punkte, haben jetzt in Nürnberg verloren. Aber trotzdem muss man aufpassen. Also ich glaube, die spielen zu Hause ganz schön stark. Ich glaube, im Pokal sind es auch eine Runde weiter. Und ja, wenn man da nicht hellwach ist und nicht Gas gibt, 90 Minuten lang, dann hat man ein Problem. So, jetzt frage ich dein Herz, was tippst du? Ich? Also mein Herz wäre so, dass ich 1 zu 2 tippe. Ich wäre aber mit dem 1 zu 1 auch zufrieden. 1 zu 2, also für uns. Alles klar. Vielen Dank. Alles klar, René. Ciao. 2 bis 2, also für uns. Untertitelung des ZDF, 2020